Willkommen zu einem weiteren Quick-Tipp in Solibri. In diesem Quick-Tipp möchte ich euch zeigen, was ihr mit den Schnitten alles machen könnt. Um einen Schnitt zu erstellen, schaltet ihr um von den Informationen auf Schnittdarstellung. Nun könnt ihr in eurem Modell einfach ein Element anwählen und eine Schnittebene wird erstellt. Mittels Shift könnt ihr die nun verschieben, wo ihr sie gerne absetzen möchtet. Die Linien könnt ihr unter Datei, Einstellungen und Schnittdarstellung definieren und anpassen. Mittels X und Y könnt ihr die Schnittebene drehen und mittels T könnt ihr diese ausblenden, um euer Modell perfekt zu präsentieren.